und damit halli hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einem weiteren part hier aus meinem blender videosammlung wir wollen uns heute nachdem wir in dem letzten part uns jetzt das editieren mal also den edit mode angeschaut haben uns heute mal ansetzen um mal zu gucken ja wie könnte man eventuell texturieren manch einer macht zeit wirklich mit materials also die brauchen wir sowieso also mit einem farbpinsel der andere haut einfach nur eine textur auf und wie kann man zum beispiel ja andere zumal interessante objekte wir nehmen wie zum beispiel png dateien und alles was das möchte ich euch heute hier in diesem video zeigen und hoffe natürlich dass ihr euch das letzte video angeschaut haben denn ihr braucht den edit mode das kann ich euch jetzt schon sagen wenn wir jetzt unsere objekte jetzt erst mal fertig gebaut haben also das ist jetzt natürlich quatsch das ist aus dem letzten part das können wir jetzt löschen auch wenn es manchmal weh tut haben wir jetzt hier unser würfel und unser haus hier also jetzt haben wir hier zum beispiel zwei fenster drin und keine tür wenn wir jetzt hier so zum beispiel sagen okay dann machen wir jetzt hier noch eine tür rein perfekt das kann man das ganze hier dementsprechend noch zusammenhauen und jetzt haben wir hier doch ein bisschen was gespart hier lachen smiley würde ich sagen jetzt wollen wir hier draußen natürlich auch eine schöne textur jetzt raufhauen dass das ganze halt dementsprechend funktioniert und da gibt es natürlich auch wieder kleine tricks haben die man hier ein bisschen beachten sollte damit das auch wirklich gerade ist und nicht ganz so hässlich aussieht denn es gibt halt wirklich die 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 einfache variante die nehmen sich einfach einen blog und hauen da einfach nur ein bild rauf und fertig ist es dann gucken wir das machen können nehme ich jetzt einfach mal noch einen zweiten würfel jetzt hier dazu hole und jetzt haue ich hier einfach mal wird einfach sagen eine textur mal rauf ne so wie manch anderer zum beispiel das ganze bearbeitet und links machen wir das ganze denn noch mal so wie ich das aktuell mache denn ich will noch mal drauf noch mal ansprechen das ist kein tutorial hier oder sowas ich zeige euch nur wie der eine das macht und wie ich es mache jetzt kommen wir unten zu dem zweiten fenster was wir hier haben was jetzt im edit mode jetzt aktuell nicht wichtig ist sondern für animationen oder für ja falls euch ein bild hat so zu wenig ist könnt ihr euch natürlich hier noch ein zweites und drittes und viertes bild natürlich dazu holen mir geht es heute aber darum dass wir hier in den uv image editor gehen der ist jetzt uns für diese folge heute sehr wichtig ja da werden wir jetzt so viel dran machen können das ganze natürlich auch mit dem mausrad ranzoomen rauszoomen oder sonstiges falls auch die frage kommen sollte wo bekomme ich die texturen her die könnt ihr euch natürlich selber knipsen ja dann könnt ihr einfach raus aus die straße gehen und knips einfach was das zeug geht dann sei es ein blöder stromkasten oder sowas jeder fängt mal mal klein an und da kann man natürlich auch erst mal mit sowas anfangen und wenn ihr natürlich ein perfektes haus hat was man natürlich so abfilmen kann ja dann nehmt das einfach ok machen wir jetzt hier erstmal eine textur rauf suchen uns jetzt hier erstmal eine häuser textur schauen wir ist das ein haus das ist ein haus perfekt genau so so jetzt macht manch einer jetzt haut das natürlich mit dem maßen jetzt nicht hin jetzt müsste man es vielleicht mal ein bisschen breiter ziehen damit das hier passt dann ziehen wir das hier auch noch mal so ein bisschen in die breite so machen wir das hier ganze so manch einer macht jetzt einfach so wählt jetzt hier zum beispiel den edit mode aus ihr seht es sind jetzt alle seiten jetzt ausgewählt könnt ihr natürlich am anfang machen somit wird das ganze bild halt praktisch um die ganzen würfe gelegt was aber natürlich sinnlos ist weil das ganze bild halt dementsprechend auch so gezerrt wird also wählen wir uns jetzt hier diese eine seite aus ihr seht wir haben jetzt genau diese draufsicht also wir gucken jetzt direkt drauf aber man sieht dass die kamera natürlich dementsprechend schief ist drücken wir jetzt wenn wir jetzt natürlich das ganze texturieren wollen drücken wir jetzt erstmal u für uv mapping und sagen jetzt hier project vom view drücken wir jetzt rauf sehen wir der würfel ist jetzt hier unten eingezeichnet seht ihr hier ist jetzt eine linie bricht das ist jetzt die seite die wir jetzt hier aktuell sehen das ist aber nicht wirklich ein viereck was jetzt gerade abgebildet wird das ist falsch also ihr müsst darauf achten dass wenn ihr das ganze richtig mappen wollt auch dementsprechend richtig drauf guckt das macht ihr indem ihr die taste 5 drückt auf die numblock taste auf die taste 3 dann sehen wir wir sind jetzt sind wir jetzt gucken wir jetzt direkt drauf wir gucken jetzt direkt drauf und sagen jetzt das ganze noch mal projekt vom view und ihr seht das ganze wird jetzt dementsprechend richtig dargestellt jetzt können wir das ganze natürlich hier auch so anpassen und können das jetzt ein bisschen skalieren so jetzt ist natürlich hier ein bisschen blöd wenn wir das ganze uns jetzt hier mal anschauen würden wenn ihr das ganze natürlich schauen wollt erstmal versuchen die lampe hier zu löschen die ist sinnlos drückt hier rauf also hier auf diesen ja naja method also auf den methode button und sagt jetzt hier textur wir sehen jetzt hier zum beispiel der würfel ist weiß weil er halt nicht texturiert ist und hier sehen wir schon ja das gebäude ist jetzt schon mal da jetzt ist natürlich hier alles krumm und schief jetzt muss das natürlich hier zu dementsprechend noch angepasst werden also drücken wir uns noch mal hier im edit mode die seite und hier sehen jetzt sich wir sind ein bisschen schief wir haben hier ein bisschen schief lager jetzt gehen wir auf den punkt ja sagen jetzt hier auf den punkt rechtsklick auf den einen punkt und drücken die taste g können wir das ganze noch so ein bisschen verschieben ja so dass wir das ganze dementsprechend jetzt erhaben wollen so sagen jetzt so und sagen jetzt so ja naja mehr schlechter als recht so das ist jetzt so manch einer macht das so fertig sein objekt so natürlich haben wir aber keine details drinne jetzt kann man natürlich noch ein paar details mit einbauen so dass das halt so passt wie zum beispiel das fenster ein bisschen vertiefen lassen kann man jetzt natürlich machen man kann jetzt hier zum beispiel das vordach jetzt rausholen und alles sowas man kann aber auch das komplett halt anders machen und deutlich mehr arbeit investieren und das finde ich lohnt sich tatsächlich mehr wenn wir jetzt hier zum beispiel sagen hier so pass mal auf wir wollen jetzt diese seite haben so 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 sagen jetzt hier ja dann sehen wir hier zum beispiel das ganze wird uns jetzt da schon dargestellt und jetzt sagen wir hier so blub sieht das natürlich blöd aus das ganze bisschen schlechte zu zeigen ist so drehen wir das ganze mal wenn wir das ganze zum beispiel auch rotieren wollen dann können wir das mit der r-taste machen wie wir es zum beispiel beim objekt machen und beim skalieren ist genau das gleiche das ist ein auch ist genau das gleiche wie beim objekt also mit r rotieren mit es skalieren so jetzt wollen wir hier natürlich das ganze nochmal haben und sagen jetzt hier und das hier und das hier und das sieht eigentlich auch ganz gut aus so und das sieht auch so ne du musst hier auch irgendwo hier äh den festen platz finden hallo da so jetzt haben wir hier schon mal die textur ja hier ist natürlich blöd weil ich hier leider das objekt schon zu groß gemacht habe ähm sieht das jetzt natürlich nicht ganz so hundertprozentig aus dann macht sich das besser wenn wir das zusammenfügen erst später machen also diese einzelnen faces dass wir die halt praktisch zusammenpacken ne hätte man vielleicht ein bisschen später machen sollen wir haben ja jetzt hier unsere fensterrahmen schon drinnen jetzt sagen wir hier zum beispiel auf diese seite ok hier soll das fenster rein dann machen wir uns das bild naja gut jetzt ist es natürlich blöd weil ich das jetzt irgendein x-beliebiges bild genommen habe hier das war auch glaube ich sogar richtig gewesen ja das ist zu sein zufragen ähm sagen jetzt hier ne bauen schieben das ganze jetzt hier praktisch hin ziehen das oh gott nicht das ganze bild ö ülp lup was macht ihr denn jetzt hier so da war das hier ein bisschen soll es verlieren das ganze noch so ein bisschen schauen dass es gerade wird wenn man natürlich noch ein bisschen fein tuning hier machen indem wir jetzt relativ nah rangehen an das bild und dann können wir hier mit einzelnen punkt den punkt anwählen gedrücken und verschieben wir das ganze noch ein bisschen und dann sollte das auch ein bisschen gerade sein und so kommen dass wir zum beispiel auch mit der tür machen und ja das ist jetzt natürlich dann euch überlassen wie ihr denn zum beispiel baut hier zum beispiel finden uns natürlich noch das vordach das können wir hier auch machen wenn euch das anstrengend ist so mit dem bauen geht zurück hier in den solid mode das habe ich euch erzählt da könnt ihr das ganze wieder so in eurer ganz normalen 2d ansehen also in dieser ansicht hier machen die natürlich ein bisschen übersichtlicher ist als wenn du einfach nur einen weißen körper hast zum beispiel das dach hier musste natürlich gucken dass das dementsprechend halt auch nicht allzu übertrieben ist wenn es sowieso ja in die wand geht und dadurch dass das ja so ein schräg dach ist hier so ein bisschen es geht ja so leicht schräg nach oben wenn wir jetzt hier im edit mode sagen wir jetzt hier so dieses ding hier so geht ein bisschen höher ihr seht es geht jetzt höher und jetzt ist es halt noch ein bisschen zu dick können wir sagen zum beispiel noch ein bisschen ne und das geht noch ein bisschen rein wie man sie so sieht ne kann man jetzt hier zum beispiel auch wieder sagen so und dann geht das hier so ein bisschen rein könnten zum beispiel das auch jetzt ein bisschen anschrägen so und schon könnte man fast denken dass das ganze so gewollt ist so hier zum beispiel haben wir ja auch noch so dieses andere da von diesem dach was so ein bisschen an die hauswand da so rangeht haben wir zum beispiel das müssen so machen was das denn hier so so ausgeht das hier zum beispiel müssen wir denn dementsprechend noch ein bisschen rausziehen damit es nicht so ganz so blöd aussieht dazu verbinden wir hier wieder diese punkte miteinander so jetzt können wir das ganz normal jetzt hier anschieben so seht ihr schon haben wir da diese schräge drin die hier ist und jetzt bin ja hier in der mitte denn die fenster zum beispiel anfangen also das ist halt wirklich alles eine sache texturen wie gesagt am besten immer versuchen selbst aufzunehmen man kann dafür natürlich auch geld ausgeben wenn man das möchte ja da gibt es die seite textures.com da hole ich mir meistens immer so texturen her wenn ich jetzt etwas brauche so speziell für fenster oder sowas da kann man schon auf kostenloser weise natürlich was bekommen ja aber natürlich die sehr hoch qualitativen bilder ja also wir reden schon von 8k bilder oder sowas die mussten natürlich denn dementsprechend bezahlen und sonst wie gesagt draußen in der freien natur heutzutage hat mittlerweile jeder doch ein smartphone was mindestens in 1080p aufnimmt ja also bilder knips also die reichen eigentlich in der regel komplett aus man sagt so mal so full hd bilder bis 2k ist für eine textur mehr als ausreichend man hat es gesehen bei bremen da waren es glaube ich 4k texturen gewesen wie das ganz schön an die performance von omsi gezerrt hat und da muss man halt immer ein bisschen darauf achten um was handelt es sich ja sind es jetzt wirklich muss das haus jetzt wirklich in 4k dargestellt werden oder würde es halt reichen wenn man es einfach nur rund erinnert da muss man ja halt auch mal noch ein bisschen das ganze abwägen halt wichtig ist falls ihr halt für lotus oder für um sie heute bauen möchte das ganze texturieren wollte oder sowas holt euch das programm paint.net wenn ich jetzt zum beispiel dass euch jetzt mal ganz kurz zeigen kann haben wir hier zum beispiel das programm paint.net das ist absolut kostenlos das kann sich jeder runterladen ist ganz normal ist einfaches bearbeitungsprogramm was aber eine funktion beinhaltet was viele nicht beinhaltet ist nämlich die die datei speicherung die wir hier haben denn wir müssen das ganze nämlich entweder in bmp speichern oder halt in dds und wir selbst speichern das ganze halt im dds format und paint.net ist zum beispiel eine der wenigen programme die das machen achtet auch darauf wenn ihr texturiert dass wenn ihr zum beispiel für lotus texturiert dass ihr die sogenannten mit maps mit dazu generiert weil sonst kann es sein dass im lotus entweder im simulator oder mediter euch die objekte schwarz angezeigt werden und das wollt ihr natürlich nicht das soll natürlich verhindert werden da achtet ihr drauf wenn ihr hier oben zum beispiel wenn ihr jetzt zum beispiel paint.net benutzt wenn ihr jetzt hier zum beispiel auf speichern untergeht seht ihr hier zum beispiel haben wir die auswahl und hier ist die direkt draw oberfläche dds oder natürlich hier unter bmp also euch überlassen wie ihr speichert ich selbst mache das ganze unter dds speichern drücken haben wir jetzt hier die möglichkeit dass hier ein neues fenster sich jetzt öffnet und hier oben bei einstellung dxt 5 weiß ich nicht warum das hat mir der blv gesagt hat soll ich nehmen und bis jetzt hatte ich damit auch immer keine probleme gehabt also von daher wird schon richtig sein hier unten können wir die mit maps generieren und als nächster nachbar speichert das ganze einfach ab das speichert ihr seht ihr zum beispiel ist eine 4k qualität hier jetzt haben wir das hier oben abgespeichert in einem dds format und das können wir jetzt einfach benutzen ohne dass lotus jetzt anfängt rum zu jammern wenn ihr damit fertig seid mit dem texturieren und ihr habt jetzt hier zum beispiel das haus jetzt fertig wenn wir jetzt hier zum beispiel noch mal zurückgehen in den textur modus habt ihr jetzt hier euer haus fertig und sagt so soll das sein so soll mein haus jetzt in lotus erscheinen oder sonstiges müssen wir jetzt dementsprechend das material erst mal dazu fügen ohne das funktioniert natürlich gar nichts das wird euch hier der lotus editor einfach sagen da ist gar keine textur drauf blender zeigt euch alles an was was ihr sehen wollt aber andere programme können damit nicht arbeiten wenn natürlich nicht zugewiesen ist wir müssen also dementsprechend ein neues material hinzufügen ja und dadurch dass wir jetzt hier ein bild genommen haben müssen wir das ganze jetzt dementsprechend ein neues bild hinzufügen also das heißt wir öffnen hier jetzt erstellen jetzt hier ein neues material gehen hier oben auf den anderen reiter und sagen jetzt hier image or movie wenn ihr das gemacht habt drückt hier unten auf open und wählt euch das bild jetzt aus das war haben wir wieder glück ne das war nicht das richtige bild ähm natürlich schön wenn wir jetzt gleich das richtige bild finden würden was das hier nein genau jetzt geht es ja gut los hier ähm war es das nein ist es das bild das ist das bild ne ja das ist das bild okay jetzt haben wir die richtige textur zugewiesen ihr seht jetzt das material hat jetzt eine eigene farbe bekommen wenn wir jetzt hier mal schauen hat das ist jetzt sicher diese farbe also dieses material alle anderen materials wie zum beispiel einfach nur weiß und dabei nun dieses material brauchen damit das ganze hier auch dementsprechend dargestellt wird ähm ja haben wir das jetzt dazu gewiesen somit sollte jetzt eigentlich eigentlich keine fehlermeldung kommen außer dass halt ein paar seiten nicht text nicht nicht eigentlich nicht texturiert sind aber so vom groben und ganzen sollte das jetzt erstmal passen also wir haben jetzt vorne wie gesagt das drauf so wie die leute das halt machen und jetzt natürlich richtig abspeichern für den lotus editor deswegen gehen wir jetzt hier oben zum beispiel auf file export und das ganze in x3d wenn ihr das ganze gemacht habt sucht euch am besten einen ordner aus oder sowas wo ihr das ganze speichert denn da wird halt immer nachgefragt haben wir jetzt hier untiteln litt ja lassen wir jetzt erstmal so hier ist wichtig dass ihr jetzt die richtigen einstellung auswählt sonst spuckt euch der lotus editor wieder mal eine fehlermeldung aus deswegen hier ist wichtig bei forward y forward seven up klickt auf selection only apple modipress lasst ihr an falls ihr modifier benutzt drückt auf normals hierarchy und name decorations das lasst ihr alles aktiviert wie ja das hatte ich ausgewählt denn das haus muss auch ausgewählt sein wenn ihr natürlich auf den reiter drückt auf den reiter selection dann muss natürlich das haus auch dementsprechend ausgewählt sein weil sonst macht ihr nichts mit von wegen selection selection only also er macht nur das was ihr sie gerade selektiert habt so und jetzt speichern wir das ganze machen wir jetzt ein export das haus wurde jetzt exportiert das heißt wir starten jetzt mal den editor den content tool manager und dann schauen wir mal was da passiert so wenn wir das ganze natürlich bestätigt haben alles sagen wir zum beispiel ein objekt hinzufügen neues objekt kategorie 1 weil sich hier um ein haus handelt ein freistehendes haus sagen wir okay und laden uns jetzt hier unser haus rennen antiteln soll das objekt explizit eckig ja soll das importiert oder importiert oder nein und jetzt genau jetzt kommt diese fehler mein ach so ja das liegt wahrscheinlich daran weil ich die falsche textur genommen habe oder wo wir ganz kurz gucken ja genau weil ich hätte auch die dds-dateien müssen ha seht ihr so was passiert denn wenn man es nicht richtig macht weil da hätte ich nämlich gar nicht hier unten rum eiern müssen sondern hätte jetzt hier einfach die dds-datei einfach nur suchen müssen die habe ich denn die abgespeichert das ist natürlich eine gute frage habe ich schon wieder gelöscht warum habe ich schon wieder gelöscht ey ne das ist auch nicht ach da ist er doch p100 so jetzt müssen wir nochmal gucken also jetzt natürlich wieder super peinlich da ist er doch da ist er ich wollte gerade sagen irgendwie zeigt mir das gerade nicht an so jetzt müssen wir mal ganz kurz mal die in den edit mode gehen obwohl eigentlich musste das doch doch wir müssen leider das komplett nochmal open desktop müssen hier die dds natürlich auswählen wenn wir natürlich das haus dekorieren also richtig machen wollen dann müssen wir dementsprechend auch die richtige textur dafür nehmen damit das ganze jetzt hinhaut so also wie gesagt also das sind so sachen die passieren halt einfach das ist halt ein bisschen ärgerlich so sagen wir jetzt einfach so ist ja erstmal wurscht ne nur dass ihr zum beispiel wisst wie das ganze jetzt funktioniert dann dass wir permissions ein bisschen ob ich jetzt ein knapp das wird gagens export europäisch dann haben wir alles dann einfach nur denn auch dann einfach ausgewählt sich an 100 bekommt und dann dann ist es jetzt ein bisschen ausgewählt und dann lasst das ganze exportieren Er überschreibt dasום automatisch ja genau das ist zb ein fehler bei 4k ein Kollege ja genau das ist zb ein fehler bei 4k ich kann mein fenster einfach nicht mehr wieder öffnen ich muss halt immer wieder die content tool neu starten weil ich minimiere ich luxe auch erstяла dir 중confidence und bringt es dem minimierungsprozess nicht mehr raus so objekte freistehend und jetzt hoffen wir mal dass es jetzt funktioniert ja nein und da seht ihr unser haus ist da also einfach funktioniert das eigentlich mit den texturieren ist gar nicht so kompliziert wenn man das ganze natürlich richtig macht von anfang an so wie ich es gemacht hätte wenn es gleich mit dds-dateien gemacht hätte ja so jetzt kann man das ganze hier noch dementsprechend bearbeiten indem wir jetzt zum beispiel den glanzfaktor ausmachen häuser glänzen in der regel nicht und somit können wir das jetzt hier oben datei speichern und packen und dann habt ihr euer erstes eigenes haus in ja in den lotus editor gebastelt und so funktioniert das mit allen anderen sachen ob es jetzt kleine gegenstände sind ob es jetzt komplette züge sind wenn es nur häuser sind oder 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 so bastelt ihr praktisch so stück für stück halt immer mehr das wichtige hier an der sache ist halt je detailreicher ihr in blender baut hier baut in blender desto detailreicher sieht das ganze nachher dann auf eurer strecke aus ja wenn ihr jetzt natürlich genauso wie viele andere einfach nur texturruf klatscht dann an einem quadrat ja dann sieht auch dementsprechend eure karte irgendwann so aus wenn natürlich aber dann mehr detailzeit in diesem gebäude hat drinstecken dann sieht das auch dementsprechend halt relativ cool aus ja also ich bin selbst noch an einem projekt ranne wo ich noch sagen muss so holle die waldfee da habe ich auf jeden fall noch eine menge zu tun und zwar ist es dieses hier ist es das müsste es sein er lädt auf jeden fall schon sehr lange und die detailreiche ihr halt baut ne dementsprechend detailreiche wird sind auch auf der karte achtet allerdings darauf dass es nicht zu massiv wird denn wenn ihr davon zwei drei vier objekte hinstellt kann es passieren dass der editor denn halt dementsprechend schon gar keinen bock mehr hat dann irgendwas zu machen also das ist halt immer noch eine unausgereifte engine muss natürlich geguckt werden ja dementsprechend wie ja detail reicht es nachher denn jetzt ihr seht schon sogar blender hängt ein bisschen hinterher um mir das ganze anzuzeigen so jetzt ist mir auch gerade fast die aufnahme gesprengt worden so das ist das texturierte und wenn wir jetzt hier zum beispiel sagen wollen jetzt hier in den solid mode sieht man hier zum beispiel ganz schön ja wie detailreich man bauen kann wenn man später mal ein bisschen sich reingefuchst hat in dieser ganzen thematik ja also das hängt ganz von euch ab wie ihr baut jeder baut hat wirklich anders wie gesagt zum beispiel hier diese textur bietet sich eigentlich anders man einfach nur auf klatscht fertig ist es aber man kann natürlich auch so was hier bauen wenn man möchte aber muss man halt wirklich sagen so wer weiß wie die lotus engine nachher mitmacht oder auch die omsi engine wenn man diese häuser da zum beispiel dementsprechend benutzen möchte ich hoffe ich konnte euch wieder ein bisschen mehr zeigen jetzt vielleicht hat der ein oder andere jetzt diesen aha effekt gehabt wie das mit dem texturieren so vielleicht funktioniert könnt ihr gerne in die kommentare schreiben ob da euer problem drin war was ihr selbst so nicht lösen konntet oder natürlich auch bei fragen oder sowas schreibt es in die kommentare ja wird mal gucken dass ich dann ein bisschen mal darauf reagiere und auf eure fragen zum beispiel mit einem separaten video zum beispiel noch mal eingehe falls wie was wo und ne aber wie gesagt in dem letzten part habe ich schon gesagt gehabt zurzeit fehlt mir mangels an zeit dass das ein bisschen alles ein bisschen dauert bis da mal das nächste video zu kommt und wir müssen mal gucken was wir jetzt so als nächstes da machen denn an sich wie gesagt ist es das erstmal was ich euch zeigen konnte halt hier im blender das ist das was ich jetzt so habe alles andere kommt immer so pö mal pö das kann man halt so im video jetzt nicht festhalten und da ich halt immer gefragt wurde wie kann man denn texturieren und wie baut man und wie macht man habe ich jetzt eigentlich das alles in diesen drei videos jetzt erstmal abgehakt ja also alles weitere ergibt sich denn irgendwann so stück für stück ich verabschiede mich hier hoffe euch hat das video gefallen euch hat es geholfen und wir sehen uns dann zum nächsten part wieder wenn es weitergeht verabschiede mich hier sage danke fürs zuschauen und bis nächstes mal tschüss